Es ist dem Feind gelungen, die Front in breiter Formation zu durchbrechen. Im Süden hat der Gegner Zossen genommen und stößt auf Starnsdorf vor. Der Feind operiert jetzt am nördlichen Stadtrand zwischen Frohnau und Pankow und im Osten ist der Feind bis zur Linie Lichtenberg-Martsdorf-Karlshorst gelangt. Mit dem Angriff Steiners wird das alles in Ordnung kommen. Mein Führer, Steiner, Steiner konnte nicht genügend Kräfte für einen Angriff massieren. Der Angriff Steiner ist nicht erfolgt. Der Angriff Steiner ist nicht erfolgt. Der Angriff Steiner ist nicht erfolgt. und Burgdorf. Das war ein Befehl! Der Angriff Steiner ist ein Befehl! Wer schickt Sie? Der Angriff Steiner ist nicht erfolgt. Der Angriff Steiner ist nicht erfolgt. Der Angriff Steiner ist nicht erfolgt. Die Generalität ist doch geschmacht des deutschen Volkes! Sie ist ohne Ehre! Sie nennen sich Generale, weil Sie Jahre auf Militärakademien zugebracht haben, nur um zu lernen, wie man Messer und Klambe hält. Jahre lang hat das Militär mal eine Aktion in Lübe hielt! Es hat mich gegen nur ein Schiffpicken... Widerstand! Ich habe ihn weggelegt! Ich hatte gut daran getan, von der anderen alle hoeren Offiziere liquidieren zu lassen, wie Stalin! Ich war nie auf einer Akademie. Und doch habe ich allein, allein auf mich gestellt, ganzer Rapper erobert. Verräter! Von allem Anfang an bin ich so verraten und betrogen worden! Es wurde ein ungeheuer Verrat gehübt am deutschen Volke! Aber alle diese Verräter werden bezahlen! Mit ihrem eigenen Blut werden sie bezahlen! Sie werden das Saufen in ihrem eigenen Blut! Bitte gerne! Jetzt beruhig dich doch! Die Befehle sind in den Wind gesprachen! Es ist unmöglich unter diesen Umständen zu führen! Es ist aus! Der Krieg ist verloren! Aber wenn Sie meine Herren glauben, dass ich deswegen Berlin verlasse, öffnen Sie sich! Der Volk ist! Er jagt euch wie eine Kugel durch den Kopf! Tun Sie, was Sie wollen! Die Befehle! Die Befehle! Die Befehle! Die Befehle! Befehle!